Eie, Hebet, äh, ist mir mal schön, zwei, lege, Binding, äh, was ist hier los? Gibt's nix mehr? Binding? Sag mal, hast du nix mitgekriegt, oder was? Die haben hier alles zugemacht. Fassnacht gibt's net. Äh, warum gibt's da keine Fassnacht? Ei, da sind die Chinesen dran schuld, ja? Die sind neidisch, sind die. Ha, auf was sollen die Chinesen dann neidisch sein? Ei, das ist doch ganz einfach. Wir haben hier unseren Fassnachtsvirus. Die haben kein Fassnacht, da haben die uns den Annervirus geschickt. Ja, so ist es. Mach mal langsam, ich bin hier grad, ich bin komplett unterhofft. Du hast doch letzte Woche am Stammtisch noch erzählt, dass Bill Gates das gemacht hat. Ei, der steckt da auch mit drin, ja? Die stecken da alle mit drin. Nur der Donald net. Der Donald, das ist ein sauberer, ja? Ich sag dir, der wollt sogar schon bei uns Präsident werden. Vor zwei Wochen, da hat er mir seine neue Jockel geschickt, ja? Ach, hör, hör mir auf, Herr Wetz. Die haben den da ja abgewählt, ja? Der kommt jetzt zu uns. Nett, nett mit mir. Warum? Fassnacht muss sauber bleiben. Also, nee, das glaub ich alles nicht, Herbert, das glaub ich nicht. Das kannst du mir nicht antreten. Was? Das liegt doch auf der Hand. Mit dir ist echt nichts anzufangen, ey, hier. Was mach ich dann jetzt? Ich bin jetzt zwei Stunden schon um die Häuser gezogen. Irgendwas muss ich doch der Elmsblatt mal mitbringen. Ha, in Bindingen kannst du nicht, euer Käse, aber... Na, dann nimmst du halt das hier mit. Ja, für dich reicht's. Ui, Herbert, ey. Das ist aber das Schönste, was aus Alufolie hier hergestellt wird. Ha, jetzt mach dich ab. Dankeschön, ne? Ja, bis 70. Ah, ja. Herr Lau. Ja, Herr Lau. Dreh dich einmal um, schau in mein Gesicht und du wirst sehen, fasse Nacht ist Licht.